Die Färbung ist schön und blutrot, ein bisschen violett, brillanter Glatz. Das ist ein Bordeaux, ein großer Bordeaux. Die wenigen Schwebeteilchen schließen auf edle Fäulnis. Die Schwebeteilchen sinken langsam zu Boden. Dieser Wein ist 23 Jahre alt, das ist ein 53er, ein echter Jahrhundertwein. Nein, dieser Wein wächst auf einer Erde und diese Erde ist sehr kieshaltig, würde ich sagen. Es ist ein Medoc. Diese Rebe hat doch außerordentlich viel Sonne. Er dürfte an einem Hang stehen mit einer ausgesprochen guten Südwestlage, an einem Hügel mit der idealen Neigung. Das ist ein Saint-Julien, Chateau Léoville-Las-Grasse, 1953. Richtig! Richtig!